Servus, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute möchte ich euch mal so ein kleines Update von unserem Gemüsegarten geben. Und falls ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, dann holt das auf jeden Fall nach und aktiviert am besten auch noch die Glocke. Denn dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß bei dem Video. Die kleine Maus ist auch schon wieder am Start. Die ist jetzt in der Hängematte. Und ich hoffe, dass sie zum Beispiel schläft. Ja, was denn? Dankeschön. Ja, und hier schaut es noch ein bisschen aus. Ich habe hier vom Lidl so einen Thermoeinkaufskorb geholt. Und da haben wir jetzt mal unsere ganzen Getränke reingetan und so Kühlakkus. Ja, und gleich zeige ich euch dann mal ein kleines Update. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass diese kleine schnuffige Maus da einschläft. Macht der Papa auch einmal ein bisschen enger. Oh, kann das sein, dass wir ein bisschen zu viele geholt haben? Ja. Zu viel Erde? Ja, haben wir doch schon gesagt, dass wir zu viel haben. Okay. Das sind aber drei Stück. Wahnsinn. Also zwei Stück sind hier drin, da ist einer drin. Dafür brauche ich jetzt locker zwei noch, drei noch. Nee, sogar drei. Für den anderen brauche ich locker vier. Ja. Für den hinteren brauche ich auch wieder zweieinhalb. Also ich brauche schon. Ja, klar. Das ist halt nur die Frage, wie hoch? Ja, ich hätte es halt komplett voll gemacht einmal. Und dann Gartenhandschuhe an und rausbudeln, dass es voll ist. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, und dann kann ich hier schön die Vierfelderwirtschaft machen. Und ich habe jetzt auch schon einen Plan. Und da werde ich dann im Juli wahrscheinlich anfangen, so ein bisschen was hier einzupflanzen. Was denn? Nichts. Danke dir, mein Schatz. Kann ich jetzt mit helfen? Jetzt kannst du gleich mit helfen, der Mama. Ja, ich hätte meinen Hut nehmen müssen. Den habe ich doch mit rausgenommen. Nein, es ist Victor, der ist gut. Hä, und der lag unten bei uns? Ja, mein Hut ist vorne. Wo vorne? Da, wo der Kinderwagen ist, sind doch so Haken. Oben hätte ich ihn, da oben. Weißt du, was du machen kannst, kleiner Mann? Ja. Du kannst immer in die Gattenhütte bitte gehen und ein Kniekissen holen. Weißt du, was ich meine? Ja. Super. Für mich auch. Ja, das sind zwei Stück. Ja, verkehrt rum, kleiner Mann. Genau. Weißt du, es reicht schon? Ja, ich denke, es reicht schon. Der große Rechen steht in der... Nein, du kannst ruhig. Na, ich denke, es langt jetzt erst mal. Wenn du wieder möchtest, wenn du ganz voll möchtest, brauchst du es noch. Ja, das musst du passen. Die kleine Maus ist jetzt eingeschlafen. Jetzt gerade bei. Wir haben jetzt nämlich die hinter den beiden Beete schon mal befüllt. Und jetzt haben wir hier noch Karton und alles. Ja. Und das kann man nämlich in die Beete unten runter reintun. Ah, geh weg. Als Dünger quasi auch. Als Füllmaterial, kleiner Mann. Schau mal. Lass es einfach liegen. Papa bringen. Schau mal, das kann man schmeißen. Probier es mal. Super. Super. Getroffen. So, Beet 1 ist fertig gefüllt. Beet 2 ist fertig gefüllt. Jetzt ist dann auch gleich Beet 3 fertig gefüllt. Dann fehlt nur noch Beet 4. Und dann kann ich schon mal an die Planung gehen, was genau ich wo jetzt dann einpflanzen möchte. Oder auch aussäen. Muss mal schauen. Was denn? Was denn? Karotten. Karotten? Und hier, bei den zwei kannst du einmal Gurke hin tun. Mhm. Du hast schon Pläne gemacht, ha? Hier kannst du Bananen hin tun. Bananen? Ja. Okay. Ich lache nach dem Haken, weil die Bananen sind leider zu kalt hier. Wenn nicht kalt ist. Und hier kommt, was kommt da hin, ha? Wassermelone. Wassermelone. Okay. Also wir haben echt große Pläne. Jetzt sind die Biete fertig. Zaubern, wie schnell mein Auto fahren kann. Ja. Noch planen und überlegen, was wir wann wo pflanzen wollen. Na, kleiner Mann? Ich weiß. Ich habe schon gesagt, Wassermelone, Bananen. Ah ja, stimmt. Da kommt die Wassermelone, da kommt Gurke, nee, da waren Karotten und da hinten kommen die Bananen hin. Genau. Das ist der Plan jetzt. Wahnsinn, ey. Also wenn ich den noch leer kriege. Ja, aber ich glaube eher nicht und das muss auch nicht sein. Doch, doch. Das ist nicht mehr viel. Wenn wir schauen, dann schauen wir da rein. Ja. So, jetzt lass mich mal kurz raus und dann kannst du in Ruhe rein. Schau, jetzt kannst du reingehen. Super. Ich habe Hunger. Hast du Hunger, Schatzi? Ja. Dann müssen wir was machen. Dann musst du es ja nur sagen. Das können wir nicht wiesen, kleiner Mann. Schauen wir mal. Achtung, kleiner Mann. Dankeschön. Ist die noch gut? Ich hoffe doch. Dann probiere ich die mal. Oh, das müssen wir jetzt in den Lidl rein. Mit Schale. Mit Schale wieder, ja. Ganz viel. Gehst du bitte da weg, kleiner Mann? Ich habe ein scharfes Messer. Ich will dich nicht schneiden. Das kannst du tragen. Schau mal her. Ja, guten Morgen, was ist weg? Mit der Gabel vielleicht. Sollen wir sie dir klein schneiden? Ja. Ja, was ist das? Das würde jeder mal haben. Ich kann es auch da hinlegen. Gucke ich erst mal die Bonra. Das habe ich bestellt. Komm mal weg. Haus. Jetzt sind wir auch schon wieder in der Sonne. Es war gut, dass wir jetzt den Schattenplatz hatten. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Hallo gesagt habe. Deswegen sage ich jetzt einfach nochmal Hallo. Wir waren jetzt gerade eben beim Lidl und haben da ein bisschen was eingekauft. Denn heute ist Samstag. Und es tut mir echt total leid, dass am Mittwoch kein Video online gekommen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es durch die stillte Menze komplett vergessen. Und jetzt haben wir alles Mögliche eingekauft fürs Grillen. Denn wir wollen morgen am Sonntag, also wenn ihr das Video wahrscheinlich seht, Grillen. Und dann kommt die Aline. Genau, da haben wir nämlich jemanden eingeladen. Und dafür haben wir jetzt wieder viel zu viel geholt. Also ja, dann ist auch noch meine beste Freundin übers Wochenende jetzt da. Und da sind wir gestern auch schon Sushi essen gewesen mit dem Kleinen. Also nur mit der Lisa und dem Kleinen waren wir Sushi essen beim Yummy Yummy in Nürnberg. Und mit dir. Genau, ich war natürlich auch dabei. Und das war wieder so lecker. Ja, und jetzt geht es nach Hause. Da muss ich dann alles verräumen. Und du hilfst mir. Das ist aber echt total lieb. Ich habe aktuell auf meiner Instagram-Seite, da bekomme ich gerade die ganze Zeit Werbung von Lieblingskorb, nennt sich das. Und ich bin wirklich am überlegen, ob ich den hole. Der kostet zwar erstmal schon einiges, aber er hat halt doch sehr, sehr viele Vorteile. Weil wir haben vom Lidl, haben wir so einen Thermokorb gekauft für die Kühlsachen. Und ich dachte mir so, jetzt für den Sommer ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, der ist halt jetzt schon kaputt. Nach nicht mal einer Anwendung ist der schon kaputt gegangen. Das hat mich halt total geärgert. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich den wieder reklamiere, weil das finde ich natürlich schon blöd. Ich glaube, der hat es in Euro gekostet. Und dafür, dass der dann jetzt schon kaputt ist, naja, ist halt natürlich blöd. Der andere kostet 140 Euro, glaube ich, oder 130 oder 140 Euro kostet dieses All-You-Need-Bundle. Weiß noch nicht, ob man das braucht. Da ist halt auch noch so ein Ring dabei, wo man das halt zum Transport dringt quasi. Muss ich mal gucken. Das ist der ich. Ja, genau. Weil der ist halt echt sehr vielseitig einsetzbar und der geht auch nicht so schnell kaputt. Das machst du weiter mal? Ja. Super. Das hat er übrigens zum Geburtstag geschenkt bekommen von seiner Tante. Und deswegen waren wir noch gestern... Genau, genau. Und deswegen waren wir da noch gestern Sushi essen. Das war quasi sein Geburtstagsgeschenk. Das sind jetzt noch die anderen Einkäufe, die jetzt nicht zwingend, dringend in die Kühlung müssen. Das hast du gekriegt. Was hast du gekriegt? Das hier. Stimmt, das hast du noch bekommen, ja. So, das ist übrigens die Box, von der ich spreche. Und die ist halt hier schon gebrochen, da schon gebrochen. Ja, ich meine so für den Übergang mal kurz was geschwind haben, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich habe auch schon alles in den Kühlschrank eingeräumt. Also da ist jetzt alles drin. Hier ist alles fürs Grillen. Normalerweise kommen ja da die ganzen Gerichte rein, aber da wir noch keinen Wocheneinkauf getätigt haben, kommt jetzt alles andere rein. Das mache ich da mal zu. Ich habe meine Müller-Milch-Fuhr. Das ist eine Müller-Milch-Kleiner-Mann. Keine Müller-Fuhr. Schau mal, da. Kannst du das aufmachen? Nee, ich kann das. Kannst du das? Okay. Und da ist es einfach so unerträglich heißes. Werde ich jetzt wahrscheinlich noch geschwind duschen gehen. Ich nehme die kleine Maxi-Kuse dann einfach mit ins Badezimmer. Soll ich dir doch helfen, ha? So, wo bist du denn? Ja. Ja, wo? Ja, wo? Du, kleiner Quatschgab. So, bitteschön. Ja. So, ich bin auch schon wieder ready und fresh. Das hat jetzt wirklich ein, zwei Minütchen maximal gedauert. Ich mag im Sommer überhaupt nicht dieses Gefühl einfach... Opala, entschuldige, kleiner Mann. Dieses Gefühl, am ganzen Körper zu kleben und alles. Bap, dun, ba. Nee. Im Sommer bin ich, weil ganz ehrlich, da hüpfe ich auch manchmal zwei, dreimal am Tag unter die Dusche. Vor allem jetzt, wo es einfach so heiß werden soll. Es soll ja heute bis zu 33, 35 Grad werden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall viel zu heiß für mich. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch den ganzen Tag hier unten verbringen. Ich habe es jetzt gerade mal so ein bisschen ausgehalten draußen, weil wir einkaufen waren. Und wir haben jetzt hier unten auch schon über 22 Grad wieder. So. Zehn. Sehr gut. Ich kriege keinen Backstein. Nein. Muss die andere Zehn? Die hat der Kleine umziehen. Ich habe übrigens hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Also ich habe die Zeit genutzt gehabt, weil man eine Bisse freuen sich um die Kinder gekümmert hatte. Und ich hoffe, dass mein Mann bald mal Zeit haben wird, sich um das Silikon da zu kümmern. Es ist mega nervig und wir wissen einfach nicht, woran es liegt. Wir lüften hier gefühlt rund um die Uhr. Und trotzdem haben wir einfach ein Problem mit Schimmel. Es ist so, 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 so nervig. Da kann man kurz den Saum machen, so viel man möchte. Ich glaube, der war einfach von vornherein schon drin. Und dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Wenn der Schimmel einmal da ist, dann hilft einfach nur wirklich komplett neu machen. Ja, jetzt habe ich hier einmal komplett aufgeräumt. Der Staubsaugroboter hat dann gestaubsaugt. Ja, das sind aktuell die Schulsacken von der Großen. Und das Einzige, was jetzt dann noch fehlt, ist das Bett zu machen. Aber soweit habe ich jetzt hier mal alles erledigt. Ich habe übrigens mal die Pflanze jetzt hier hinten hingestellt. Und ja, der Schrank kommt hoffentlich bald raus, weil der nervt einfach nur noch. Und dann kann ich die Pflanze da schön in die Ecke stellen. Und dafür werde ich wahrscheinlich auch irgendwann noch eine Pflanze holen. Aber mal gucken. Wir haben einfach auch viel zu wenig Stauraum. Naja, jetzt muss ich mal gucken, was wir noch machen. Das Einzige, was jetzt tatsächlich noch fehlt, ist die Küche mal aufräumen, das Wohnzimmer aufräumen. Das muss ich dann auch noch staubsaugen bzw. staubsaugen lassen mit dem Staubsaugroboter. Den kann ich auch übrigens mal ohnehin in der Infobox verlinken. Ich liebe den einfach. Der ist super. Ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt dann noch so machen werden. So, wir haben uns jetzt das Essen gemacht. Eigentlich wollten wir Hotpot machen, aber keiner hat immer Bock einkaufen zu gehen. Und jetzt haben wir hier... Aber wir haben nicht alle für Hotpot da. Stimmt, deswegen hätten wir einkaufen gehen müssen. Und dann hatten wir Fischstäbchen gefunden. Dann haben wir noch Gemüse gefunden. Ich habe noch Krautsalot gemacht, Kartoffeln. Die habe ich doch gefunden, eine Gefriere. Wir waren zu spazieren draußen und plötzlich lag da so eine Packung Bohnen auf. Tiefkühlbohnen, eiskalt bei der Hitze. Die sind aus dem Kühlwagen gefallen. Ja, das essen wir jetzt auch. So, mein Lieben, es ist übrigens unerträglich heiß hier. Wir haben um die 23, 24 Grad und das hier unten einfach. Es ist wirklich nicht gerade angenehm aktuell. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich viel trinke, weil die Kleine bei den Temperaturen natürlich auch des Öfteren mal trinken möchte. Hat natürlich auch Durst. Morgen am Sonntag ist jetzt der Plan, dass wir grillen. Ich bin auch mal gespannt, ob das Wetter mitmacht. Ich hoffe es natürlich. Und ansonsten haben wir auch vor meiner besten Freundin. Ich habe sie gefragt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal mit so einer Antwort gerechnet. Ich habe sie als Gag gefragt, ob sie denn die Geburt sehen möchte. Also halt wirklich die Geburt an sich, wie es eben rauskam. Und sie so, ja, warum nicht? Also werde ich ihr wahrscheinlich dann morgen die Geburt zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihre Reaktion. Naja, und genau, dann würde ich jetzt das Video auch an der Stelle hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo auch sehr gerne. Und am besten aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao.